Servus, Leute! Wir sind wieder back in Action. Okay, ich wollte gerade sagen, irgendwas war gerade nicht so ganz richtig. So, gut, wir marschieren jetzt einfach weiter durchs Land, gucken mal, wo wir ein paar Aufträge kriegen. Wo wir ein paar, ähm, Kämpfe noch austragen können. So. Ich will einfach unsere Situation auch verbessern. Back off, Stranger! So. Okay, dann warten wir jetzt einfach mal, bis der Tag anbricht. Vielleicht lassen sie nur nachts keinen rein. So, okay. Erpressung durch Deserteure. Eine Gruppe des Deserteure hat sich in der Nähe. Ach, das ist jetzt, ich muss hier warten. Stimmt, das war halt, da war ja das. Da kommen sie ja. Oh, so. Unter my orders! Kill them all! Attacke! I can't do that. I can't do that. I can't do that. I can't do that. Was ist das? 17 tote naja die meisten nicht von meinen eigenen leuten das ist ja gut die hälfte reicht mir so futter habe ich noch genug das reicht mir führung hat sich verbessert kampfmoral wenn wir verteidigen das ist mir sogar lieber weil meistens ist man ja da in der nachteil position und ein paar vorteile extra sind glaube ich nicht so verkehrt kampfmoralen So, wir gucken einfach mal, wo wir noch ein paar Aufträge kriegen, was wir noch machen können. Ich muss, glaube ich, mal ein paar Pferde noch kaufen, dass ich mal ein paar Kavalerieverbesserungen auch hinkriege. Ja, ein Turnier. Oh, es gibt ein Pferd, sehr gut. Naja, Stangenwaffen sind ja nicht so meins, aber die ist ganz effektiv. So, zwei gegen zwei. Ah, ich kämpfe gegen einen Vorhutsoldaten. Okay, ach, schön, mit Stangenwaffe. Sehr gut, vielen Dank für die Kohle, danke für das Ansehen und vor allem danke für das Pferd. So. 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 so wenigstens so ein bisschen gepanzert kann nicht so uns truppen über das kriegen wir hin das ist der könig selbst der von mir eine aufgabe will ok kein risiko für einen fehlschlag das machen wir wie lange sind wir jetzt unterwegs vier tage das passt das passt wenn wir uns noch ein paar roten Die Kunst des Handels. Deine ist nicht... Ja, direkt geschafft. Super. Mhm, ein Turnier. Was ist denn? Tierung? Ist das ein Pferd? Ist das eine Waffe? Oh, nein. Ah, guck mal. Vier besondere Figuren. Tormund, okay. Oh, Stange gegen Stange, okay. Oh, das ist wieder... ...einer von denen, wo wir richtig Schaden machen. Nein! Peace to you, Stranger. Das war mir eine Ehre. Ja, der hat echt Schaden gemacht. Verlorener Sohn. Oh. Ach, gegen den habe ich auch angetreten, okay. Ein Jüngling aus meinem Clan ist in die Stadt gegangen. Das tun viele junge Männer. Er sagt der Schulde, ein Bandenanführer eine hohe Summe. Oh, okay. Ich bin von dir. Ich bin von dir. Ich bin von dir. Ich bin von dir. Baltacan. Baltacan. wo sind das auch immer eine rebellenfraktion cool mal gucken wir die sache friedlich oder mit blut klären wir uns beides recht wegen des jungen hier ja leider gibt es blut scheiße das muss ich doch bezahlen so 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 in zwei Tagen kriege ich Geld und ich bin dann wieder da unten und ich kriege meine Truppen wieder, das ist gut. Aha, Turnier, eine schwere Ritterlandser, oh das wäre doch was für meinen, für einen meiner Leute. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Soh. Das sind tatsächlich die Kämpfe, wo ich am meisten hasse. Mit Lanza. Mit Lanza. Mit Lanza. Man, 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 man. Man, man, man. Man, 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 man. Man, man, man. Aber gut, es ist kein namentlicher Charakter. Es ist ein normal Vorhut. Man, man, man. Man, 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 man. kohle sehr gut die chance dass das tier die schlacht übersteht steigt das ist gut dass das nehme ich ab in die taverne und wieder raus das ist okay da hat seine ding verloren die besitzurkunde naja da wären bezirk taverne besuchen am yours to come in so gut die aufgabe habe ich das war so ähnlich wie mühle oder was so so aber wenn der gegner sich nicht mehr bewegen kann dann hat er hat man gewonnen so 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 ich würde gerade sagen durch diese aktion habe ich jetzt verloren aber jetzt weiß ich auch wie das spiel funktioniert okay aber egal aufgabe ist erfüllt so 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 Ich dürfte jetzt auch gleich wieder meine Truppen dazukriegen. Okay, danke schön. Da ist eine große Truppe an Banditen, die schnappe ich mir. So, das wird nämlich ein schöner Abschluss für die Folge, noch so ein kleines, äh, eine kleine Schlacht. Ein Schamütze. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Einen haben wir verloren. noch ab in die siedlung mit irgendwas aufgestiegen ah nein nicht ich eine meiner leute in der athletik session da muss ich mal ein paar punkte investieren bei gelegenheit sehr schön danke die kohle dann die trupps haben also hier die gruppen haben teilweise eine ganz schöne größe inzwischen bekommen so komm ein turnier machen wir jetzt noch zum abschluss ja 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 Die, you bastard! Die, you bastard! Die, you bastard! Komm, 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 komm! Oh, alter, geil! In your face! Ah, mach gut, dann ist es ja gut. Ich weiß, wieso ich diese Waffe hasse. So, Brüderlein. Okay. Du und ich. Okay. 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 Das ist auch alles gut. Gut. Sehr schön. Okay. 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 Dann kämpfen wir ein bisschen in den Kriegen. Und dann, wenn wir so weit bekannt sind, schwinge ich mich selbst zum Herrscher auf. Das ist so der Plan. Okay. Dann macht es gut. Dankeschön fürs dabei sein. Und wir sehen uns. Mal. 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 Vielen Dank.